hallo liebe freunde wo die mary hat wahrscheinlich ne höhere stimme ne hallo liebe freunde ich jage euch jetzt wieder ich bin uns da am start wen haben wir denn hier kannst du mal deine keppi bitte aufsetzen ja es tut mir leid scheiße ich hab die irgendwo verloren wir müssen die suchen ja im beichtstuhl hast du die verloren ich geh sie suchen ich geh sie suchen der flo war noch nicht mit seiner psycho begrüßung fertig ihr alten haudegen hier ne hier ist ne lampe ich sag's euch hier ist ne höchste leute offenes gelände gefällt mir gar nicht ja offenes gelände ist cool sobald einer von euch ne lampe benutzt weiß ich wo ihr seid guck mal hier sind fenster sie sind voll beschlagt da ist es kalt was hängt denn da es ist so kalt oh god du hast schon verraten wo wir sind ja das später müssen wir uns aufhören also flo ist das monster boah ich find die map so geil gerade ich hat was gebringt war das normal lampe la 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 lyalalala damit dein Rollstuhl steht und damit es gruselig ist. Wie war das denn nochmal? Achso. Die Türen sind alle zu, ne? Scheiße. Ja, wir müssen Schlüssel suchen. Dieses Scheißhaus lässt uns nicht rein. Scheißhaus. Warte, ich glaube, wir können uns an der Wand hier halten. Wir müssen auf jeden Fall mit dem Licht sparen. Das heißt, die User sehen manchmal fast ein schwarzes Bild. Ja, man kann das leider auch nicht heller stellen, ne? Doch, kann man, aber ich hab's am Anfang. Ich hab's. Aber dann sieht das so scheiße. Kann man ein bisschen hochdrehen, ja. Was ist das denn? Ja, und ganz kurz, ne, bevor ich euch gleich kille, wir freuen uns natürlich sehr, dass wir überhaupt wieder in Damned zusammen sind. Ja. Wurde höchste Zeit. Das müssen wir mal wieder öfters machen. Hallo, höchste Zeit. Ja, auf jeden Fall. Was ist das denn? Hey, Curry, guck mal. Hallo. Weißt du, wie geil das wäre, wenn... Das wäre jetzt so ein typischer Horrorfilm-Zene, wenn ich jetzt von dem Fenster so weggesnackt werde von Flo, weißt du? Weggesnackt. Aber wir haben den... Was denn? Was denn los? Bleib mal hinten. Bleib mal hinten. Warum ist das hier so rot, so ein roter Nebel? Oh, oh. Alter, Tobi, du kannst ja nicht einfach durchs Bild laufen, Mann. Ey, guck mal hier. Was ist denn los? Was ist denn das hier? Alle sind voll hektisch. Was ist das hier hinten? Okay, ich komm zu dir. Oh Gott. Es ist der Baum vom Ike. Oh, ich meine, es ist ein Windmühle. Ich bin in einer Windmühle. Alter, der ist ja voll glücklich. Äh. Boah, wir sind am... Gib mir Holz. Hier liegen auf jeden Fall überall Schlüssel rum. Hier warst du noch nicht. Oh Gott. Wo findest du denn die ganzen Schlüssel? Ich hab noch keinen gefunden. Weißt du, er muss uns finden, aber findet die Schlüssel. Wir müssen Schlüssel finden und finden dann gleich Flo, oder was? Ich weiß ja, wo ihr seid. Weißt du gar nicht. Du liegst doch voll. Ich mach's heute ein bisschen... Hm. Warte mal, hier ist ein Wegschild. Aber hier ist Bahn und da ist Lake. Oh Mann, ich sollte mein Maul halten. Entschuldigung. Geht mal zu Lake. Was ist das denn hier? Nein. Oh, der Vogel ist ausgebrochen. Oh Gott, das ist kein gutes Zeichen. Scheiße. Der Vogel. Flo hat ihn gefressen. Was ist das denn? Noch ein Vogelkäfig. Alter, was ist das denn? Ich glaube, wir sollten wirklich unseren Mund halten und durch die Blume reden. Ja. Ja, aber das geht nicht so leicht. Ich krieg das... Ey, scht, scht. Stell mal ruhig. Was denn? Ah, ja. Ich hatte jetzt so ein Frauen, so ein Mädchen gehört. Ja, ja. Also Damned hat einige neue Updates bekommen, aber ich muss echt sagen, wir spielen hauptsächlich, weil bei euch in den Kommentaren habe ich es gesehen, bei mir habe ich es gesehen, die Leute wollen wirklich dämt haben, ja, das ist krass. Ja, und jetzt gibt es auch noch eine neue Map, das ist ja das Geile hier draußen mal jetzt auch. Hetter Code, das ist total geil. Oh Gott, ey. Warte mal. 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 Ich hab doch was gehört, da hat jemand auf den Stock getreten. E-Random. Ja, ja. Aber was ist denn, warum sind denn hier diese Schlüssel, das kann doch nicht sein. Aber es gibt einige neue, was ist das denn? Oh. Eine Neuerung. Wer hat ja mal zum Camping gegangen? Was? Warum? Was für ein Camp? Wir sind hier im Camp. Alter, hab ich mich wegen dem erschreckt. Also, wir suchen jetzt den Flo, beziehungsweise, nein, wir suchen gar nicht den. Leute, 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 Leute. Nicht. Aus. Taschenabtmaus. Was denn? Taschenabtmaus. Was ist denn da? Hast du mich noch kurz gesehen? Ja, ich hab dich kurz gesehen. War der da? Ja. Wo? Wir sind hier beim Lake, oder was? Ist er einfach so ganz gechillt hergelaufen. Lang gelaufen. Kann man hier lang. Oh Gott, das heißt nicht da her, aber doch. Deine Bruder! Was ist das denn? Okay. Was denn? Ja, der ist hier. Ich hör den. Ich hör das heulen. Ich hör das heulen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, 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 na. Ich hör's aber auch nicht. Na, 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 na. Ich hör's nicht. Ich glaub, du bist jetzt verflucht. N-n-n, ich hab ihn wirklich gehört. Hier ist auch ne Tür, guck. Was ist hier? Oh. Gott, es ist so dunkel. Kann nicht sein, dass wir wirklich kein Schlüssel finden. Noch ein Schild? Ja, dass ich die nicht mitnehmen kann, die ich gefunden hab. Hm. Wo waren die denn so? Ja. Ich mag's nicht, dass der Flo so psycho ist. Ja, ich weiß auch, die Stimme gefällt mir gar nicht. Ja, genau. Und was macht ihr grad so? Weiß nicht. Wo der Wind jetzt? Boah, Curry. Was denn? So hässlich bin ich nun auch wieder nicht. Nein, du bist der schönste Charakter-Boy-Dings-Da. Was? Highschool-Junge. Pst, passt auf. Ey, singt der, wenn man da vorbeiläuft? Ich weiß nicht. Nein. Komm, da muss doch jetzt was drin sein. Ach, nö. Nichts? Nee, sieht nicht so gut aus. Gar nichts. Scheiße, wir müssen unsere Lampen... Ach, meine Lampe ist schon leer. Nein. Okay. Oh mein Gott. Scheiße. Wir werden gleich echt ein Problem haben. Ja, das ist doof dann, ne? Ja, wir hätten die aufsparen sollen. Ja, wir müssen das echt im Nachhinein dann nochmal heller machen. Sonst kann man sich das ja gar nicht anschauen. Warte, hier ist ein Schild. Okay, dann gehen wir jetzt da hin, okay? Ja, 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 super. Ah, ja. Kommt nur hierher. Sorry, bist du Eagles-Fan? Was? Nee, ich geht hinten auf deiner Jacke. Ja, auf seiner Jacke steht die Eagles. Die Eagles. Nee. Da, da, da! Ich hab wieder was knacken hören. Hier ist was. Eine Batterie, jawohl. Oh, super. Aber diese Käfig. Oder diese dumpfe Musik, das macht einen ja fettig. Hier ist noch eine Batterie, Leute. Wollt ihr die? Hier, guck mal. Zwei sogar. Der nimmt mal. Alles klar, dann tanken wir uns mal auf. Ich stell mir grad vor, wenn du das alleine spielst, ohne dass du Leute in Teamspeak hörst. Ja, diese Musik, die macht einen kaputt. Du läufst hier rum. Ja. Die macht einen fettig. Kannst halt mit den Leuten nicht reden. Hm. Da müssen wir rein. Oh, ich reiche. Gleich mit einem Schlüssel. Aber wie kriegen wir den? Was ist das denn hier unten? Achso. Ich sehe überall so ein Flo. Ach ja, noch so ein Ding. Ob da wohl irgendwie was ist? Können wir da hin? Nee. Boah, ich... Es ist, äh, eine... Ich glaub, das... Also, so lange haben wir noch nie durchgehalten, ohne Schlüsse. Ja gut, die Map kennen wir halt auch noch nicht so, ne? Ja, ja, stimmt. Hab ja noch gar keinen. Und ich glaub, die ist auch echt groß. Noch keinen Schlüssel. Wir haben noch nicht einen gefunden. Hm. Höh! Boah! 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 Leben wir noch alle? Leben wir noch alle? Ja, ich lebe noch. Ich lebe noch. Du auch? Wo seid ihr? Ja? Hier irgendwo. Ah, ich bin da. Alter, ich wollte mal ein bisschen bei euch rumrennen. Ja, ja, das hast du natürlich extra gemacht. Oh gut, wir haben direkt alle die Lampen ausgemacht. Das ist schon mal gut. Boah, wie ich nur den Schrei gehört hab auf einmal. Ja, ich dreh mich um, auf einmal springt er in meinem Gesicht rum. Boah, dann rennt der hinter Curry her und ich denk noch so, ja. Obwohl war der Curry und dann dreht er sich um und kommt in meine Richtung. Ach so, wenn der mir dann hinterher, dann ist gut, ne? Nein, Curry, ich hatte dich niemals geopfert. Du bist ein Bruder wie ihr im Herzen. Ja. Okay, mal, Benja brennt grad ein bisschen die Augen, weil, äh, weil müde. Ja. Was ist das denn? Ach so, das ist nur ein Zaun. Das ist ja eine Falle! Ich dachte grad, das ist... Eine Falle! Kommen wir hier rein? Das sieht so aus, als könnte man da rein. Wir haben ja keinen Schlüssel, das ist es ja. Doch, hier kommt man rein. Hier sind wieder Batterien. Hier, guck mal rein. Ach, ich hab kein Licht mehr. Hier. Das ist dasselbe Zimmer. Hier waren wir schon. Ich hab eine. Ich hab eine genommen. Jetzt darfst du die andere. Eine. Sehr schön, Leute, sehr schön. Das ist Teamwork. Ach, da waren wir ja schon. Hier waren wir ja schon. Hier waren wir schon. Ah, jo. I don't trust the flow guy. Du hast uns so nervös gemacht, dass wir wieder zurückgelaufen sind jetzt. Hm. Ja, überall dieses Knacken der Äste. Können wir die Stecker aufnehmen? Nee, leider nicht. Ich hab den gerade gar nicht gesehen. Das ist echt ein Problem. Ich hab nur das Schreien gehört. Auch echt neblig. Mhm. Hier ist wieder ein... Ein Schild. Sehr dunkel. Ähm, Flo... Der lügt, oder? Hör, er lügt, ja? Nein, das ist wieder falsch hier. Er blöft. Der lügt, ja. Aber sowas von. Ich hoffe. Der hat uns noch nie gesehen. Äh. Ähm, Flo, kannst du einmal kurz stehen bleiben und alle, ich will nur kurz den Bildschirm wirklich heller machen, weil wenn es dunkel... Was? Wie kannst du den heller machen? Äh, warte in die Optionen. Jetzt darf ich nicht getötet werden, bitte. So, in die Optionen. Grafik. Das haben wir doch schon, glaube ich. Gamma. Adjusment. Ich mach das jetzt mal ganz hoch. Ah, das ist noch nicht ganz hoch. Back. Ja. Back. Oh, viel besser. Eins. Ja. Okay. Sind alle fertig? Oh, viel besser. Entschuldigung, dass wir hier vorhin da... Ja. Hoffentlich sieht man das jetzt besser. Ich glaube, eine Folge geht immer so lange, bis wir alle sterben. Es sei denn, es ist wirklich zu lange, dann gibt es, glaube ich, zwei Folgen. Wir müssen eigentlich nur in so ein Haus mal rein. Das kann doch nicht sein. Wir wissen ja nicht mal, wo die... Wie diese Scheiben kaputt machen? Hier liegen auch überall nur Batterien. Spoilers, wir wissen ja gar nicht, wo die Schlüssel sind. Ja, aber wahrscheinlich ist der Flo die ganze Zeit in den Häusern gespawnt und hat deswegen Schlüssel gesehen. Nee. Du hast Schlüssel draußen gesehen? Mhm. Hier sind neue Schilder. Flo, einmal abhusten, bitte. Wir waren aber auch noch nicht überall. Hier, wir gehen nach links. Wir gehen nach links. Hört sich ja noch schlimmer an, durch diese Huststimme. Hier waren wir noch nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Ähm, Leute! Was denn? Bin ich durch? Ist das mein Charakter, wenn ich zu schnell renne? Noch eine Batterie. Boah, gut gesehen, ey. Weißt du, so ein rotes Ding. Ich geh mal kurz da hin. Pass auf. Ach, ich... Da ist er! Gott, wo seid ihr? Wo denn? Psch, psch, psch. Hau! Wir sind ein Team-Speaker-Kurri. Er ist jetzt verschwunden in der Dunkelheit. Okay. Dunkelheit. Bist du bis sonst irgendwie werfen? Wo seid ihr? Weiß es nicht. Ja, da, da, da. Hier, hier, guck. Wo denn? Achso. Pass auf, der war hinter dir. Ach, du Scheiße. Ich hab euch so krass verloren jetzt. Tommi, komm zurück, Mann. Ich bin so krass des Todes. Der heilige Priester. Oh Gott. Komm, Tommi, zurück, zurück. Dreh dich um. Hier. Tommi, da wo rot ist, da wo rot ist. Okay, stopp, stopp, stopp. Okay. War super. Wir müssen den Weg weitergehen. Scheiße. War so. Ich glaub, er war zwischenzeitlich auch nah bei mir. Jetzt hab ich euch verloren. Wo seid ihr? Alter. Oh, man kriegt irgendwie Gänsehaut, wenn der Tommi so nah an Zimko redet in seiner dunklen Stimme. Oh Gott. Er kann nicht. Oh nein, Flo ist echt das Schlimmste. Das ist so furchtbar. Kommt mit, kommt mit, kommt mit. Et mir meh. Harry, was glaubst du? Wird er uns kriechen? Okay. Euch. Nein! Das kannst du, ich dachte, wir waren hier noch nie. Doch, das... Oh Mann. Ich passe durch die Lücke hier. Schieb mich an. Warte, wir können aber den anderen Weg nochmal weitergehen. Okay, zurück. Ein Asiuk, ich glaub, er ist nah. Aber die Map ist schon groß auf jeden Fall. Ja, die ist echt super groß. Boah, man muss echt auf die Schatten hier achten. Man sieht den so schlecht. Ja, in dem Nebel, gell? Weil die Fahrer ja auch. Also das ist echt... Da ist wieder irgendeine Hütte. Guck mal hinter uns irgendwie, ob der uns da irgendwie folgt. Nein, nein. Der da vor uns. Audi. Kämmt irgendwo, stimmt. Boah, das ist ne Bärenfalle, Mann. Ah, meinst du, der hat das gut? Soll ich mal reinlaufen? Ja, lauf doch mal. Sein Wald. Das ist bestimmt das erste, was man sagt, wenn man sowas sieht. Da waren wir, waren wir da. Soll ich mal reinlaufen? Ey, da hat was geblinzelt. Ich glaub, hier ist ein Schlüssel, oder? Boah, das wär natürlich super. Hier blinkt auch was. Sind das nur die Scheiben, wenn man die... Boah, hier sind so viele Batterien. Mann. Echt? Oder ich mach mal hier noch ne Batterie ab. Wo denn? Ja, ich fahr mir auch da vielleicht. Alter. Okay, okay, okay. Hier im Mülleimer. Zack. Was ist hier mit rechts? Waren wir da auch schon? Ne, hier waren wir noch nicht. Ne, ich glaub nicht. Boah, bei mir ist gerade alles so viel dunkler geworden. Sind das immer für Dinger? Was ist das hier für Dinger? Aber es gibt ja so Zeichen, wenn die in der Nähe ist, ne? Ja, bei mir ist gerade kurz ein bisschen dunkler geworden. Ne, du bist doch gleich wieder verflucht. Oder du bist doch verflucht. Fältest du dir nur ein? Ne, ich hab sie noch nicht angeguckt. Boah, die Tür geht auf. Ich glaub, er ist in der Nähe. Ich sag's euch. Ich weiß nicht, ob wir hier rein sind. Mach keinen Scheiß, mach die Tür zu. Komm rein. Warum liegt hier ein Stein? Ja, hier ist keine Tür zu. Ja, das ist natürlich. Okay, Licht aus. Nichts, hier ist nichts. Hier muss doch irgendwas drin sein. Im Regal gar nichts, oder wie? Das gibt's ja nicht. Nee, auch nicht. Boah, hier ist doch offen. Hier ist einfach offen. Ich weiß. Oh Gott. Wenn er da jetzt reinkommt. Da blinzelt die ganze Zeit irgendwas. Ja, so ein bisschen zuckt das gerade, ne? Sollen wir nochmal da vorne? Kommi, wir sind hier vorne beim... Ja, ich bin hinter dir direkt. Zack. Was ist das zu bedeuten? Hä? Achso, schon gut, schon gut. Boah, ist schon wieder dunkler geworden bei mir gerade. Mann, das... Flo? Willst du nochmal? Ja. Es ist besser, wenn du manchmal was sagst. Weil dann weiß man, das ist so... Ich mag das nicht, wenn du dann auf einmal um die Ecke kommst. Ach so. Hör auf! Warum wird's denn bei mir ständig dunkler? Was ist denn hier? Man verrückt. Warum ist das hier so... Ist echt so, als ob die dann bei dir in der Nähe wäre, Tommy, aber... Und das ist auch wieder was Neues. Ah, da waren wir gerade schon, ne? Ah, na, na, na. La, na, 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 na. Na, das ist aber auch echt riesig, muss man sagen. Ja. Ist wieder... Abgeschlossen. Hä? Wir haben noch keinen einzigen Schlüssel gefunden. Das ist echt... Überall. Ja. Ja. Ja, aber vielleicht müssen wir jetzt mal abseits der Wege ein bisschen scouten. Ja, jetzt müssen wir uns auch... Pass auf, Leute. ...aufteilen. Hier. Lauf da bloß nicht rein. Aufteilen ist bestimmt ne super Idee. Aufteilen ist immer ne gute Idee. Ja, da ist der Flo dann dafür, natürlich. Ja, aber es ist also wie in jedem Horrorfilm. Hallo. Ja. Wo denn? Ah. Was machst du denn da? Der war hier irgendwo. Der Tommy ist gestorben. Der Tommys Geschichte. Nein. Ich komme hier um die Ecke auf. Aber stehst du hier so, weißt du? Ja, weil ich dachte, der sieht mich dann nicht. Und ich habe ihn nicht mal gesehen. Ja, nur weil du nicht siehst, oder was? Ja. Nein. Nein. Tommy. Ja, ich habe ihn nicht mal gesehen. Dreckig. Ja, ich auch nicht. Doch, ich habe mich einmal... Aber er hat mich knapp verfehlt. Tommy, kannst du uns denn noch beobachten? Hier jetzt gerade? Ja, ja. Ich buchte ihm Curry jetzt zu gerade. Okay. Curry, wo bist du denn, du alter Schlawiner? Ich glaube, der Curry ist der Nächste. Ey, hau, 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 hau. Der Curry ist der Nächste. Das ist ekelhaft. Curry, du bist so drei leicht. Jetzt fängt der Tommy auch noch an. Das ist wirklich so. Wo hast du denn diese Schlüssel gefunden? Ich verstehe das nicht. Curry, jetzt ist Teamwork angesagt. Was denn? Ich bin einfach so weiter, wie ich mich sehe. Aber wie du dich vor die Wand gestellt hast, Pan. Ich habe den Curry gesehen. Einfach so mit dem Kopf gegen die Wand. So auch gar nicht umgedreht oder geguckt, sondern einfach nur die Wand angeguckt. Das ist so. Wenn ich mich nicht sehe, siehst du mich auch nicht. Ja. Ich dachte eigentlich, ey, wenn ich mich so eine Ecke... Da will man mich nicht wirklich sehen. Keine Ahnung. Das ist auch cool. Ey, der setzt dir doch Fallen aus. Das kannst du mir doch sagen, was du willst. Der setzt dir die ganze Zeit so einen Bärenfallen. Ja, ich traue mich auch nicht wirklich, da reinzulaufen. Und ich glaube, der würde uns auch nicht sagen, ob es von... Kann er sich unsichtbar machen? Nee, ne? Nee. Wer jetzt? Der Flo? Ich glaube, das andere, das große Monster konnte... Curry? Dann hat er echt hinter eine Ecke gelamert oder so. Wo bist du? Wo bist du denn? Hier. Hier. Oh Gott. Suche die Farbe. Suche die Farbe. Wie bei der Farbe. Oh Gott. Bei der Roten Farbe. Gleich ist der Curry dran. Mann. Hör auf. Wo bist du? Bei der Roten Farbe treffen wir uns. Nein, bei der Roten Farbe treffen wir uns. Curry? Curry, komm, wir müssen noch ein Stück. Curry. Oh, jetzt trittst du in eine Bärenfalle. Okay, Curry, hör zu. Jeder für sich allein. Du Arschlauch. Ich weiss für dich. Okay, weiter geht's. Weiter geht's zum nächsten Häuschen. Guck mal, in die Ruhe da rein. Kann ich leider nicht. Geht nicht. Treffen uns am nächsten Häuschen. Oh, oh. Oh Gott. I am a little bit scared. Da brauchen wir gleich ein Brecheisen oder so. Oh mein Gott. Was? Deines Holzhäuschen. Curry, renn mal bitte. Okay, gibt's die mehrere Holzhäuschen. Aber das merkt mir gerade ein bisschen. Ich mach die Lampe aus. Ja. Bitte, der hat Gamma mit ins Group noch viel, viel höher. Groß, äh, kleine. Ein Schlüssel. Also, Leute. Curry, 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 aus, 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 aus. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Kommt doch mal hier runter. Haha, du teleportierst dich eh gleich weg. Haha. Curry? Curry? Oh, oh. Oh. Ja, das will ich, ich muss ihn im Auge behalten, weil ich nicht weiß, hä? Ja, mach die Lampe wieder, das ist bestimmt super. Warte, der kann, glaube ich, noch nicht rennen. Aber gleich, gleich rennt er so krass. Oh. Es ist nicht aus. Licht ist aus. Was? Es ist nicht aus. Ah. Oh Gott. Oh Gott, der Curry, der Curry. Oh Gott, oh Gott, renn um dein Leben. Der hat mich nicht, der hat mich nicht, der hat mich nicht. Oh, du. Ich bin so schnitt. Ach, du Scheiße. Also, ich könnte nicht sagen, dass ich einfach ihr alleine lasse. Ich wollte nur mal bei euch vorbeigucken. Ihr seid so bescheuert. Okay. Curry, wir glauben an dich. Ich will nicht alleine spielen. All die Verantwortung liegt jetzt nur auf dem Boot. Ich will damit wegfahren mit dem Boot. Ja, das kannst du erst, wenn du den Schlüssel findest. Ja, wenn du hier für den Schlüssel findest. Hinde den Schlüssel. Ich habe so langsam das Gefühl, wir müssen uns selber einschmieden. Könnte ja sein, ne? Hau dem Spiel ab, es du. Was ist das da? Was ist das nicht? Okay. Du musst da suchen, wo du es am wenigsten erwartest. Ja. Hier würde bestimmt kein Schlüssel liegen. Einfach mal kurz einen schlauen Spruch reingehauen. Ach man. Was, in der Ansicht, wenn man da bei jemandem zuguckt, sieht das so hastig aus. Wenn man selber spielt, ist das total... Okay. Der Curry guckt aber auch nervös rum, finde ich. Ja, Tommy. Er guckt doch immer so direkt hinter die Bäume. Wenn er um einen rumgeht, guckt er immer direkt, was hinter dem Baum ist. Ich bin halt ein vorsichtiger Mensch. Da ist es wieder so. Mhm, mhm, mhm. Das wird doch jetzt eine endlose Runde. Also hier eine einzige Person finden, hier drin. Ja, viel Spaß. Das ist schwer. Wir spielen schon 27 Minuten. Ist die Folge schon lang. Viel Spaß. Tragt aus wie Männer. Komm, trefft euch am roten Punkt. Es gibt ja mehr rote Punkte. Was war das? Curry, du schaffst das mit einem... Was war das? Nein, ich bin verflucht. Oh Gott. Wieso? Ist es dunkel? Ton ist weg. Ton ist weg, Ton. Naja, vielleicht ist einfach der Ton weg. Nein, 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 nein. Das ist dumpf geworden. Der Sound ist dumpf geworden jetzt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist... Vielleicht fängt er noch an, irgendwelche Arme zu sehen. Curry, hör auf rumzubacken. Ja, ich will noch hoch. Da liegt doch bestimmt ein Schlüssel. Da kann man noch gar nicht hoch. Oh scheiße, ich habe keine Batterien mehr. Oh mein Gott, es geht zu Ende. Es geht wirklich lang zu Ende. Aber Curry, wir glauben noch an den. Ich bin dem Flo aber jetzt schon zweimal ausgewichen. Dreimal sogar. Obwohl er direkt auf mich zugerannt ist. Oh, da hat sich der Flo das nur bis zum Schluss aufgeholt. Hm, klar. Das Sahnehäubchen. Red dich raus. Aber wie krass ist das? Ja. Meine Batterie ist jetzt Geschichte. Dass es in dem Moment schwarz wurde und dann halt der Flo um die Ecke kam. Ja, so war das bei mir auch. Boah, wie fies. Ich konnte nicht mal mehr richtig losrennen. Ich war direkt irgendwie so fast schon wie gestunt irgendwie. Das heißt, wir können nicht mal so, wie der Curry, ich das gerade gemacht habe mit den. Ach komm, wir gucken mal, wie weiter kommt. Und der teleportiert sich eh gleich. Man muss eigentlich schon direkt abhauen, wenn er da ist. Hm. Curry, was ist denn da um die Ecke? Wenn du da jetzt... Oh, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Nein, da ist nichts. Ja, ich sehe aber nichts. Ja, wo? Es ist alles dunkel. Oh Gott. Ach so. Immer noch? Der Curry, ja, der Curry ist auf dem Fleck. Jetzt entschied er. Boah. Meine Taschenlampe hat sich jetzt auch verabschiedet. Aber du hältst sie noch wacker vor das Gesicht, ich sehe es. Ja, ja, Schutz, ne? Ja. Das war abwehren. Boah, das war meine eigene Hand. Oh Gott. Der hat da so reingeschwungen. Jetzt geht's los. Vielleicht trägst du dich die ganze Zeit im Kreis. Wie so ein Hund, der seinen Schwanz fangen will. Ich glaube für fünf Leute, für fünf Spieler ist die Map ganz... Ist die Map okay, aber für so wenig ist sie echt... Für uns ist sie, glaube ich, ein bisschen zu groß. Ja, im One-on-One ist es echt schwierig, auf jeden Fall. Aber ich würde gerne mal wissen, wo du diese... Hau ab. Was meinst du denn? Was meinst du denn? Ist er noch da? Ich sehe dich doch. Oh, Karin. Müssen er sich sofort hier teleportieren? Nein. Oh ja, er hat sich wegteleportiert. Yes. Weiter geht's. Also für diejenigen, die den nicht kennen, der Flo kann für eine gewisse Zeit in einem Area laufen und dann teleportiert er sich automatisch weg, oder? Ich glaube, du kannst es auch auslösen, dass du dich wegteleportierst. Kannst du es auch klippen, ja. Genau. Und er kann nicht immer angreifen. Das muss erst mal eine Zeit lang vergehen. Aber wenn er dann vor einem steht, dann rennt er halt auf einen zu und dann... Oh, sieht wieder alles gut. Ey, wie krank es gerade ist. Wieso? Hier liegt eine Leiche von einem von euch mit der Taschenlampe und ich sehe jetzt meinen Schatten die ganze Zeit. Ach du Scheiße. Alter, Alter. Jetzt rennt sie vor sich selbst. Alter, war das krass gerade. Hast du dich erschrocken? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Da liegt ein Uhu-Kleber. Also, ich würde... Oh nein. Eigentlich hast du es verdient, Curry. Ja, ich will nur einen Schlüssel sehen. Einen einzigen Schlüssel. Ne, weil du mich gerade so erschrocken hast. Ach so, dass ich jetzt sterben soll, oder was? Hä? Hast du in der Hose gemacht? Hä? Was denn? Hier läuft jemand. Hier läuft jemand. Da läufst du. Echt, ich sehe das gar nicht. Also, ich sehe das hier gerade bei mir nicht. Ich auch nicht. Ich sehe meinen Schatten. Oh oh. Du bist ja voll gruselig. Dankeschön. Also, dein Spielcharakter. Ich bin schon so ein tausends Mal hier vor der Scheune. Das gibt's... Mir ist eingefallen, denn mir haben Leute am Anfang, als ich angefangen habe zu let's playen und auch schon Horrorspiele und sowas hatte, haben mir Leute immer gesagt, die finden mich gruselig. Oder haben Angst, mich anzuschreiben und so. Das kriege ich heute gar nicht mehr. Warum dich denn? Wahrscheinlich, weil ich heute nur so einen Pap... Ja, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich kam ich sehr ruselig rüber. Ich sehe wieder nichts. Ich muss mich pücken. Ah! Ja! Hallo! Wie der angerannt kam. Ey, ohne Witz, diese Map ist zwar geil, aber die ist viel zu groß für uns. Ja, die ist wirklich viel zu groß. Boah, ich habe dich auch echt nur in ganz weit entfernt gesehen und dachte, ich drücke einfach schnell E und gucke, ob ich so weit hingerannt komme. Jetzt weiß ich auch, warum der Sound so leise war. Der hat sich irgendwie selbst leiser gestellt. Na gut. Aber cool, war mal wieder eine schöne Runde auf jeden Fall. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch mal fallen. Jetzt darf ich Monster sein eigentlich. Okay. Erstmal danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Runde. Bis zur nächsten Runde. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.